Eine lange Nacht der Chöre gab es am Samstag in der Petruskirche. Über 1000 Besucher waren gekommen, um die Gesangsterbietungen in der Kirche am Wartweg zu verfolgen. Ganze sechs Stunden erklang Chormusik durch das Gotteshaus, das sich durch den vorausgegangenen Sommertag zwar schweißtreibend aufgeheizt hatte, aber der Begeisterung bei Zuhörern und Ausführenden keinen Abbruch tat. Dabei waren 25 Gesangsensembles, die eine große musikalische Vielfalt präsentierten. Jeder Chor hatte zehn Minuten Zeit, um die einstudierten Stücke vorzutragen. Vom klassischen Chorwerk über Gospel- und Filmmusik bis hin zu Volksliedern in verschiedenen Sprachen wussten die Sängerinnen und Sänger die Zuhörerschaft zu begeistern. Neben Effekte nach der Chöre, die Ensembles lernten sich untereinander kennen und einander zuhören. Außerdem konnten Kontakte geknüpft werden. Wir haben den Zuhörer, die Zuhörer, der Begeisterung bei Zuhörern und der Begeisterung, die Zuhörer, der Begeisterung bei Zuhörer, der Begeisterung bei Zuhörer,